Alleine. Ich finde dich. So. Versucht ihr mich zu veralbern? Finde diesen! Pinguin hat euch ein Befehl gegeben. Los! Ich habe einen gefunden. Ich habe auch einen gefunden. Der ist jetzt K.O. Meinst du? Ich weiß, dass du gleich hierher kommst, um diesen Scheiße zu beschützen. Verloren! Das Ganze! Wir haben Pinguin gehört! Bewegung! Ja, Bewegung! Nur du! Oh Gott! Da liegt noch einer von unseren Jungs! Komm mir nicht so nah! Boah! Ich dachte, ich kann ihn auch so ausschalten, dass ich nicht unbedingt kriechen muss. So. Schöne Trophäe. Suchen und vernichten. Dann vernichten wir mal seinen letzten Störsender. Da ist er doch. Und dann können wir in sein schönes Museum. Eins. Zwei. Zwei. Und... Drei. Das war der letzte Störsender. Jetzt müsste ich eigentlich in das Museum kommen. Wenn... Okay. Ich habe jetzt gedacht, dass hier... Bad Law. Kann ich nicht dafür benutzen? Ne, ne? Dachte ich. Dachte ich. Aber egal. Da war doch auch eine Tür. Kann ich da durch? Das ist vielleicht kürzer. Nö, 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 nö. Die war doch hier. Nö, 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 nö. Da. Und... Gib mir den mal. Ah, fuck. Der war knapp. Hier ist jetzt gar nichts. Nur so eine Scheiß-Widdler-Kacke. Dö, 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 dö. Wo ist denn der? Das ist Bad Law. Haben wir noch gar nicht, ne? Widdler-Trophäe. Das können wir aber nicht hacken, ne? Doch. Das stimmt, Don. Die Insassen laufen frei herum und es gibt Gerüchte, die... Ah, so. Das ist nur... Nur ne Radio-Station. Mehr ist hier nicht. Der Batman kann ja nicht schwimmen. Die Angst vor Wasser. Aber... Haben wir nicht so... Ich dachte, das ist der Bad Law. Ja, haben wir das tatsächlich noch nicht. Können wir auch hier nicht lang. Was ist da denn? Ach so, schade. Ich dachte, damit können wir das. Aber... Hat sich ja dann wohl erledigt. So. Wir kamen nur von hier irgendwo, oder? Nö, 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 nö. Wir waren ja nicht direkt so weit oben. Hier. Auch schon wieder so ein Widdler-Kack. Nö, 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 nö. Da sind wir durch. Und... Geht nicht hoch? Ich wollte schon sagen... Was zum Hacker ist da unten los? Hallo! Hat dir jemand die Güte zu antworten? Ich habe nur von euch verlangt, dass ihr ein paar verknackte Maschinen aufstellt. Und was ist? Nicht einmal das könnt ihr! Ich hoffe, dass euch Batman jeden einzelnen Knopf kriegt. Ich hoffe, dass ihr da nicht unverzweifelt nach Luft schnappt, weil eure Lungen von euren Rippen durchbohrt wurden. Wenn dem nicht so sein solltet, dann rate ich euch, euch aufzuraffen und die Beine in die Hand zu nehmen. Denn nach Batman kümmere ich mich um euch! Ja, du bist nicht ganz so schlimm wie ich. U-Bahn-Station. Ja, okay, die sind alle da oben und... Ah, aber jetzt können wir ja hacken und so, ne? Das... geht ja wieder. So... Was haben wir denn hier schönes? Alfred, oder was? Abteil. Schönes Passwort. So... Ach guck mal, da können wir hoch. Hier können wir bestimmt das andere Abteil aufmachen, oder? Was machen wir hier? Ach, sick Fenzen. Ach... Keine Ahnung was damit ist, ist mir auch völlig wurscht. Wurschtel... Wurschtel... Ja, nehmen wir die Bedwings. Hier können wir raus. Wow. Hier konnten wir auch noch was quacken. Da... Machen wir das mal. Zwar nur für seine Scheiß-Widdler-Statue, aber... Tickets. Solche... Passwörter benutze ich auch immer. Furz, Banane, Flip-Flops, Billie Jeans... Äh... Das ist Batman, wer hat das gesagt? Ich weiß nicht warum Komm her Mann, ich bin so dumm Was für die Arkham City Komm her Ey, warum bockst du ihn nicht? Mann Du bist so Come on Du gehst mir mit deinem Scheiß-Kattermesser auf den Sack Neue Nachrichten vom Joker verfügbar Gucken wir später So Neue Nebenmission ist verfügbar Jetzt möchte ich mich Erstmal auf zum Museum machen Wissen doch Da labert doch nicht War das hier War das hier? Das war doch nicht hier, oder? Doch Ich dachte das war weiter entfernt hier mit dem Störsenderrotz Egal, gucken was jetzt auf uns zukommt Willkommen Womit möchtest du mich jetzt aufhalten? Dinosaurier Dinosaurier Auch nicht so sehr auf Da will ich hin und dann Nimmst du es doch nicht Ich werde mir Das erste ist dir mit dem Messer holen Okay Das sind drei mit dem Messer Die anderen pinnen, oder was? Boah Boah Och man Wollte ich gerade über ihn rüber springen Witt Schneid dir die Maske runter Ja 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 Du bist du Diese Blers Wig ja geht doch das hat er nie gemacht halt mit den leuten der sich hier trophäen hingestellt sie sind in sicherheit vorerst gott sei dank vielleicht sollten sie ihm erst danken wenn sie meine frage beantwortet haben wer sind sie sorry man ich bin bulle gordon hat uns geschickt ich gehöre zum 13 bezirk zum einsatzkommando bin von anfang an hier gewesen wenn gordon sie geschickt hat kennen sie den code ja ja er sagte oh man wie war der der code sofort sarah wir sollten ihnen sagen der code sei sarah sie sind in sicherheit officer jones batman elvis jones gordon sagte dass er mit dem gedanken spielen würde ihr team reinzuschicken er wollte wissen was hier vor sich geht schätze jetzt wissen wir es wir waren zu zehnt hoffentlich sind wir es immer noch ich sagte gordon dass es zu gefährlich sei sie reinzuschicken warten sie wenn der rest ihrer gruppe lebt finde ich sie dann adios amigos muchacho rette die verbliebenen gcp die banden okay haben wir alle drauf ja jim gordon charakter biografie können wir uns jetzt anschauen können dadurch die ohja ich vertue mich ja immer mit den knöpfen ich grinde aber mal hier lang jetzt will ich mich jetzt hier veräppeln deine kackstatue dann schiebst du dir den arsch mal wo geht denn das kabel lang ich wollte nicht da lang okay machen wir es mal auf kommen wir jetzt da hin dann oder was wo sind wir denn hier kommen boah scheiß radiosendung naja aber hier ist jetzt erstmal over to the top vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten mal bis zum nächsten mal